So meine Damen und Herren, ich habe gerade noch einen Keks geworfen, aber ich kriege Hunger, das ist nämlich 12 Uhr bei mir. 400 kostet der Facken? Nein, wir reparieren den. Das ist natürlich der beste Menzin. Wir kriegen natürlich alles hin. Oh, das ist ja, dann verwenden bitte, dann bitte aufholen, dann bitte kochen. Magronen, von mir ein Prozent. Mit der Hoffnung ist der Rest auch so, was es denn kommt. Ich darf nicht, dass der Rest dann irgendwann am Ausstieg. Jetzt muss ich mir ja noch ein Bett kaufen. Dreigewöhnliche Türen, ein Teil habe ich bekommen. Was seht ihr, jetzt kann man den nämlich schlafen. Stopp, stopp, langsam, langsam, langsam. Habe ich jetzt irgendwas angelegt? Nein, gut, sehr gut. Sie nehmen sich schon freiwillig in den Grillkäse, sehr gut. Warum sitzt ich nicht zu Menzin? Warum setzt du dich nicht zu Menzin? Äh, Menzin müsste sie noch durchwühlen. Teil durchblendern und dann schlafen. Und sie möchte das ja sehr gerne aufräumen. Feuchte Saal. Leute, das ist geil. Das ist das einzige Geil an Sims. Bestimmt Leute dafür. Deine Scheiße zu machen. Ich weiß, ob jetzt schon Weihnachten ist, wenn das hier rauskommt. Äh, das müsste der Konsolien zufügen. Mhm. Blau damit. Aber die haben schon ein bisschen mehr als sie. gesellschaftliches eigenes Plan. Na wohl, nee. Wir kennen ja niemanden. Außer uns vier. Das ist traurig. So, wir müssen jetzt eigentlich alle wieder auf Arbeit. Äh, in fünf Stunden, in drei Stunden und in elf Stunden. Ja, genau heute wieder alle hin. Oh, sie muss noch Musik üben. Wir spielen abgeschlossen. Und sie hat ihre Ausgaben abgeschlossen. Und Tschüssi. Nee, noch nicht. Noch nicht. Nein, ich bin schnell. Achso. Nein, sie soll das doch wegwerfen. Ach, werf das noch weg. Okay. Wie sieht es mit dem Müll aus? Ist es vielleicht schon wieder voll? Traurig kann ich damit nicht machen. Toll, die wirst du schon. Achso. Nach Essen? Weil ich in viel Frass bin. Nee, kann alle. Äh, sie geht's um. Und umfohlen wegen Bett. Achso, Rückenschmerzen. Wegen billigem Bett. Hey, komm mir nicht. Nein, ich bin da um 500 Grad muss reich. Und das kam nichts. Oh, nein, sie muss auf Arbeit. Äh. Duschen. Ganz, ganz schnell. Woher wäre ich, glaube ich, wieder diese Dampf mit Dusche besser gewesen. Und das wird zeigen, dass das was bezogen. Oder kann man die verbessern? Nein. Ich habe das ja schon. Guck mal mal kurz. Bet, 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 bet. Bet, 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 bet. Oh, die sind sehr schön. Ja, doch. Also, der ist ja gerade mit Energie unbequem für Erwachsen. Achso. Aha. Unwohl. Ja. Stress gemütet. Erhöhung. Energie. Stress gemütet. Ja, aber 1200. Oh, der Schwarze. Sehr gut. Sehr gut. Äh, das natürlich, wenn sie es eins. Na, wir wollen mal gucken, was der Tag heute bringt bei den Kitz. Oh, ruhig. Ganz, ganz schliegen Kitz. Und so, sie ist konkret, kroket. Kroketten sind auch lecker. Das ist die Musik alle. Ich verfluche euch. Aber ich glaube, der Part ist eh eigentlich vorbei. Also eigentlich, der Part ist vorbei. Na, mal vorbei. 7, 8, um hier zur Inspiration zu zupfen. Ich will die Musik runden schon. Zeit da. Irgendwie gefallen mir die Häuser nicht. Also wenn, guck mal, hier so ein großes Grundstück, das wär's ja jetzt. Jetzt kann sie kauen, wie das. Ach du Scheiße. Sie ist zweier Oberschülerin. Hey, herzlichen Glückwunsch. Hausaufgaben wie immer. Was? War sie gerade nackt? Die wollten nicht meinen Blick wissen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Minzi. Ciao, ciao.